Ja, wir sind nun heute leider das erste Mal hier, obwohl wir eine ganz lange Zeit auch öfter in Berlin unterwegs waren. Und was man sehr viel gehört hat, wenn man sich im Internet rumgetrieben hat oder auf irgendeiner Partei da ist, ist, dass sie die Bullen ziemlich genervt haben. Wir kennen das Gefühl, wir haben aber auch schon das Gegenteil erlebt. Das war am 12. Mai, da gab es hier eine relativ spannende Demo. Ich weiß nicht groß oder irgendwie, aber wir haben einen Polizisten kennengelernt, der war ziemlich cool. Also die Fahrradfahrer von der Demo-Strecke verscheucht und sich mit uns fotografieren lassen. Und das war, wir kennen seinen Namen nicht, wir wissen nur, was auf seinem Rücken auf mir erstand. Und ja, über ihn handelt dieses Lied. Wir kennen ihn vor einer Demo, da war er mit dabei. Und er ist der gute Bayer Polizei. Und du fragst dich jetzt sicher, wo ich seinen Namen sehe. Ja, guck mal bei den Bullen, auf dem Rücken auf mehr. D2-110 ist ein guter Polizist. D2-110, und du fragst dich, wie das ist. D2-110, da muss kein Punk abdoten. Ja, D2-110 ist einer von den Guten. Von den Huren gibt's nicht viel, drum ist er ziemlich selten. Und er freut sich riesig, wenn wir auf der Straße zelten. Er geht da gleich nach Hause und in sein Keller holt sein Zelt und baut es auf und kommt ein Pro-Kü-Teller. D2-110 ist ein guter Polizist. D2-110, und du fragst dich, wie das ist. D2-110, da muss kein Punk abdoten. Denn ja, D2-110 ist einer von den Guten. Und sieht er einen Eck stehen, hält er noch seine Tüte. Dann fragt er ihn ganz höflich, hast du für mich auch paar Züge? Zieht er zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, macht neunzehn Mal. Und fünf Minuten später ist ihm alles scheißegal. Der D2-160 ist ein guter Polizist. D2-110, und du fragst dich, wie das ist. D2-110, da muss kein Punk abdoten. Ja, D2-160 ist einer von den Guten. Und sieht er einen Musiker dort am Barhof stehen, denkt er sicherlich, fach vorbeizugehen. Er will ihn auch nicht wegverscheuchen, er will ihn nicht räumen. Er gibt ihm zwei, drei, vier, fünf Park und lässt ihn weiter träumen. Der D2-110 ist ein guter Polizist. D2-110, und du fragst dich, wie das ist. D2-110, da muss kein Punk abdoten. Ja, D2-110 ist einer von den Guten. Und sitzt er dann auch mal? Hey, da am Wasserwerfer, fragt er sich, warum stellen die Kollegen das Ding schärfer? Wasserwerfer sind doch nicht zum Töten gut. Nein, er kühlt uns ab und schafft uns wieder neuen Mut. Der D2-110 ist ein guter Polizist. D2-110, und du fragst dich, wie das ist. D2-110, da muss kein Punk abdoten. Ja, D2-110 ist einer von den Guten. Ja, und sein Knüppel, der ist schwarz. Doch der ist aus Lakritze. Denn noch auf der Waffe macht er gerne seine Witze. Und wenn er dann so tut, als würde er zu hauen, dann fängt er dem und zwang dann auf den Knüppel rum zu kauen. Der D2-110 ist ein guter Polizist. Der D2-110, und du fragst dich, wie das ist. Der D2-110, da muss kein Punk abdoten. Ja, D2-110 ist einer von den Guten. Und wenn er dann so sieht, wie er als Kollege so kassiert, da hat er einen Brandsatz in der Waffe deponiert und sich dann noch schnell hinter einem Busch versteckt und das ganze Bullrevier in Brand gesteckt. Der D2-110 ist ein guter Polizist. D2-110, und du fragst dich, wie das ist. D2-110, da muss kein Punk abdoten. Ja, D2-110 ist einer von den Guten. Einer von den, einer von den, einer von den, einer von den Guten.